Bei mir am Tisch sitzt Iris Blum. Sie ist Historikerin und arbeitet im Stadtarchiv der Stadt Zug. Sie ist Initiantin und Präsidentin des Vereins 50 Jahre Frauenstimmrecht Zug. Am 6. Juni 1971 durften die stimmberechtigten Frauen in der Schweiz bei einer eidgenössischen Vorlage zum ersten Mal abstimmen. So auch Frauen im Kanton Zug. 50 Jahre später nahm man das Datum zum Anlass, das historische Ereignis zu feiern. Im Vorfeld zum Jubiläumsjahr am 6. Oktober 2019 wurde durch die Kantonsrätinnen Esther Haas, Stefanie Wischar und Tabea Zimmermann-Gibson ein Postulat eingereicht mit der Frage, ob und falls ja, wie das Jubiläum gefeiert werden soll. Der Regierungsrat des Kantons Zug beantwortete das Postulat. Die Antwort hat Iris Blum auf vielfältige Art und Weise inspiriert. Am Jubiläumsanlass vom 6. Juni 2021 hat sie im Theatercasino Zug eine Rede präsentiert. Es ist mein persönlicher Wunsch, dass wir die Rede im Nachgang aufzeichnen und so für die Nachwelt festhalten können. Das erwähnte Antwortschreiben des Regierungsrats übrigens, das ist öffentlich einsehbar. Iris, das besagte Antwortschreiben, das war eine Steilvorlage für dich, nehme ich an. Ja, das kann man so sagen. Ich habe es sogar eigentlich als Ohrfigen empfunden. Eine solche Antwort 50 Jahre nach der Einführung und nachdem er uns 123 Jahre später als den Mannen das Menschenrecht gewährt hat. Und ich habe es erwähnt, die Inspiration war so gross, dass es wahrscheinlich einfach gesprudelt hat bei dir. Und die Rede ist entstanden. Eine Rede, die du uns mitgebracht hast. Und du möchtest die Rede jetzt für uns alle nochmal vorlesen. Darf ich dich bitten? Als leidenschaftliche Historikerin und Archivarin habe ich mir die gleiche Frage gestellt wie die drei Kantonsrätinnen. Zu Zähne geboren, zu Zürich wohnhaft, ins Appenzellerland verliebt und in Zug geschaffend, habe ich zu diesem Zeitpunkt schon von verschiedenen inspirierenden Projekten in unterschiedlichen Kantonen gehört und habe mir gewünscht, als Zug aktiv zu werden. Aber mit wem und wie? Die Antwort des Regierungsrats war, es könne nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein, «für einzelne Wahlresultate nach einer gewissen Zeit Feiern auszurichten». Zitat Ende Das hat mir damals, aber nur für kurze Zeit, die Stimme ganz einfach verschlagen. Das Argument muss unter die Lupe genommen werden. Element 1 – einzelne Wahlresultate Der Regierungsrat hat rein rechnerisch argumentiert. Darf es denn auch inhaltlich sein? Weil inhaltlich denkt, wird die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts mit dieser Antwort auf eine x-beliebige Abstimmung reduziert. Im Jahr vorher, zum Beispiel, am 1. Februar 1970, haben die Schweizer Männer über den Bundesbeschluss über die inländische Zuckerwirtschaft abgestimmt. Also, ich bin mit ihnen einverstanden und auch froh, dass wir im letzten Jahr nicht 50 Jahre inländische Zuckerwirtschaft gefeiert haben. Element 2 – nach einer gewissen Zeit Auch das hat mich inhaltlich nicht überzeugt. Auch da wird wieder rechnerisch argumentiert. Oder habe ich vielleicht das progressive Element von der Antwort des Zulger Regierungsrats nicht verstanden? Wäre offiziell und öffentlich gefeiert worden, wenn wir 100 oder gar 150 Jahre Frauenstimm- und Wahlrechte feiern konnten? Wie lange muss denn ein Menschenrecht eingeführt sein, damit es erinnerungswürdig ist? Wir haben uns von nichts und niemandem abhalten lassen, diesen Meilenstein der Schweizer Geschichte zu feiern. Im Januar 2020 hat das Stadtarchiv zusammen mit der Bibliothek für ein erstes Nachdenken verschiedene Gedächtnisinstitutionen und Frauenorganisationen eingeladen. Und im Sommer darauf haben wir dann den Verein 50 Jahre Frauenstimmrecht-Zog gegründet. Und jetzt arbeiten wir seit einem Jahr inhaltlich. Jüngere und Ältere, Frauen und Männer. Wir hecken Ideen aus, wir organisieren und philosophieren. Und wir haben schon Nego mit Köpfen gemacht. Und wir schmieden weitere Pläne für das Jubiläumsjahr 2021. Vielen Dank. Iris Blum, danke vielmals.